Worin besteht die Kraft des Sportes? Also mir hat der Sport sehr geholfen. Ich mache zum Beispiel jeden Morgen Morgengymnastik. Ich kann natürlich nicht mehr Tennis spielen, aber Golf spielen zum Beispiel kann ich auch noch. Also ich mache relativ viel Sport. Ich bin jeden Tag eine Stunde auf dem Laufband und wie gesagt, mache die Morgengymnastik. Ich denke, Sport hilft sehr dabei.